Es wird mal wieder Zeit für einen Gartenrundgang, hier jetzt Mitte Februar. Heute ist es ein bisschen regnerischer, so her draußen an den Pflanzen wächst alles sehr langsam. Sieht man jetzt vielleicht nicht so die Veränderungen. Allerdings gibt es dennoch einiges zu tun, zum Beispiel die Beete und den Boden aufzubereiten. Das mache ich jetzt schon den ganzen Winter über. Da werde ich euch erstmal mitnehmen und natürlich auch ein kleines Update von mir bei der Voranzucht. Phasenweise hatten wir hier im Februar ein paar Tage, die so 10 bis 11 Grad hatten und dann auch noch schön sonnig waren. Und das hat natürlich auch den Chinakohl dazu veranlasst, in die Blüte zu gehen. Ich werde die beiden jetzt auch einfach in die Blüte gehen lassen, damit dann die Insekten was dafür haben. Vielleicht noch einen für das eigene Saatgut nehmen. Und so ein Chinakohl bzw. allgemeine Kohlsorten, die halt in die Blüte gehen, die kann man auch ziemlich gut als Ablenkung zum Beispiel benutzen. Für den Kohlweißling, da können sich da die Raupen bedienen, die gehen da recht gerne hin. Hier habe ich auch nochmal ein bisschen Grünkohl, den ich auch schon bald abgeerntet habe. Werde ich auch ein paar stehen lassen, damit ich hier Samen nehmen kann. Und hier sind die Zwiebel, die Steckzwiebeln auch schon aufgegangen. Da, die habe ich im Herbst gesteckt. Kann ich mich dann auch schon mal auf die Zwiebelernte etwas freuen. Hier wächst auch nochmal ein kleiner Kohlrabi ran. Den werde ich dann auch vielleicht die nächsten Wochen dann ernten, wenn es im März dann nochmal etwas wärmer wird. Also hier im Folientunnel gibt es nicht so viele weitere Änderungen. Ich habe jetzt den ganzen Winter über hier ziemlich gut gegossen, immer wieder Bokashi mit eingearbeitet. Und hier auch diese dicke, fette Laubschicht mit drauf gemacht. Ein bisschen hier mit Gras, damit ich hier einfach sehr guten Boden habe. So kann man eigentlich ziemlich schnell den Boden gut aufbereiten. Da ist schon recht erstaunlich, wie schnell ich hier den Hummus hier aufbauen kann. Von kürzester Zeit hier jetzt durchs Netz hindurch kann man den Barkyu Wintersalat sehen. Der hat jetzt die Kälte ziemlich gut überstanden. Und da wird es dann, wenn die Tage wärmer wird, wird er auch danach noch mal ziemlich einen großen Wachstumsschub, denke ich, bekommen. Hier Felsalat, konnte ich auch schon ein paar Rosetten ernten. Hier im Folientunnel ist es halt etwas wärmer. Und ich habe da ein bisschen ausgelichtet, wo der Felsalat ein bisschen zu eng gewachsen ist. Aber man muss sich da auch schauen, wenn da so Beikraut mit Wild aufgeht oder hier so ein Pflücksalat, dass das nicht zu eng wird. Dass ich da auch ein bisschen mit auslichte. Und hier vorne ist immer noch der Endivien-Salat, der jetzt auch überwintert. Aber da sieht man, dass auch sogar Herbstsalate bei minus 5 Grad Außentemperatur hier im Tunnel dann doch ziemlich gut überwintern können. Das ist da einiges möglich. Wir haben ja auch dieses Jahr einen ziemlich milden Winter gehabt. Aber dann mal schauen, wann die ihren Wachstumsschub ja auch bekommen, wenn dann die Tage etwas wärmer werden. Und sonst, wie gesagt, hier im Tunnel gibt es nicht recht viel zu sehen. Einfach hier die ganze Zeit den Boden aufbereiten. Hier alles schön feucht halten, damit die Regenwürmer hier auch alles ziemlich gut umsetzen können. Hier draußen im Hochbett hat auch der Endivien-Salat ziemlich gut überwintert, weil ich aber jetzt vorhin im Tunnel das angesprochen habe. Also selbst draußen kann er die Kälte ziemlich gut ab. Und das ist auch für mich ein sehr schönes Zeichen. Leider bei dem Rosenkohl, der war schon ziemlich klein, hatte sehr viele Fressschäden. Der ist jetzt nicht ganz so gut gewachsen, werde ich einfach auch als Gründüngung nutzen. Hier die Petersilie im Kübel. Auch sehr schön, dass die gut überwintert. Kann man dann die ganze Zeit etwas beeenden. Und hier oben auch ein schöner Freund. Es ist richtig schön, die Vögel hier im Winter jeden Tag zwitschern zu hören. Es sind Kohl- und Blaumeisen und ich finde es richtig schön. Draußen ist der Feldsalat in den Hochbitten noch nicht ganz so erntereif. Der hat jetzt auch schon ein paar Wachstumsschübe bekommen. Muss ich aber auch immer schauen, weil da vielleicht Katzen oder Vögel da auch immer mit reingehen. Finde ich nicht ganz so schön, wenn sie da ein bisschen rumwühlen in der Erde. Hier sind sie auch schon ein bisschen größer. Dann kann ich auch bald ernten, wenn die Tage etwas wärmer werden. Hier auch Salate, die wild aufgehen. Wintersalate lasse ich auch erstmal alles wachsen, bis ich hier dann wieder meine Melonen reinsetze. Einfach so als Nach- oder Folgekultur, dass halt immer die Beete mit bewachsen werden. So schaut es bei allen Hochbeeten momentan aus, dass ich da Felssalat mit reingesetzt habe. Und wenn ich dann im März noch mal eine kleine Ernte habe. Sonst alles ziemlich gut überwintert. Johannisbeeren, Erdbeeren. Hier auch die Kohlsachen. Rosenkohl und der Chinakohl, der auch hier mit in die Blüte geht. Eine kleine Unterbrechung für eine kurze Mitteilung. Und zwar habe ich zwei neue Kurse veröffentlicht. Eine 42-Tage-Challenge für die Grundlage in die Permakultur. Und eine 22-Tage-Challenge für die Grundlagen in die schleimfreie Heilkost, vegane Rohkost und dem Fasten. Beide Kurse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die ganzen Jungpflanzen hier haben auch ziemlich gut überwintert. Das ist überwiegend schwarze Johannisbeer-Stecklinge. Und hier Erdbeeren. Da wer Interesse zum Beispiel hat, könnt ihr auch auf meiner Webseite unter Produkte bzw. Angebote von Permakulturprojekt Peace anschauen. Da werde ich euch die Seite genauer verlinken. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr Interesse habt, von mir schwarze Johannisbeeren bekommen. Die Stecklinge hier. Erdbeeren, Avocado, Esskastanien habe ich auch noch. Noch viele weitere Pflanzen. Also wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich freue mich darauf, euch weitere Pflanzen zu geben, weil ich habe hier einfach mehr als genug. Also wer mein Video zum Knoblauch gesehen hat, das werde ich nochmal oben in der Infokarte verlinken. Dann kennt ihr ja schon das Erdbeerbeet. Da hinten Zwiebeln, die ich vergessen habe letztes Jahr. Die kann man jetzt zum Beispiel für Grün nutzen. Dann kann man oben das Grün abschneiden. Das ist auch eine feine Sache. Zwischen den Erdbeeren habe ich dann auch gezeigt, dass dann Knoblauch mit rauf geht. Das ist auch eine schöne Mischkulturkombination. Knoblauch mit Erdbeeren. Die sprießen ja auch langsam raus aus dem Boden. Sind vielleicht nicht ganz so weit, weil wir eine Fußbodenheizung haben. Und die zieht ja die Wärme aus der Erde heraus. Hier auf dem Bild habe ich jetzt angefangen nochmal ein bisschen Mist mit auszubreiten. Den habe ich von meinem Freund bekommen. Beim Pferdemist einfach schauen, dass der von Pferden kommt, die jetzt nicht gerade entwurmt worden sind. Dass die Medikamente haben oder sonst irgendwelche Impfungen oder chemischen Sachen abbekommen haben. Weil das kommt dann natürlich wieder mit zurück auf euer Bild. Also wenn ihr Mist nutzt, dann schaut, dass ihr das von einer ziemlich guten Quelle auch bekommt. Und wo ihr sicher seid, dass die Pferde glücklich und gesund sind, sage ich mal. Habe ich jetzt hier ein bisschen aufbereitet, weil ich hier Zucchinis vielleicht reinsetzen möchte. Hier wachsen auch ein bisschen der Grünkohl und der Chinakohl. Die werde ich vielleicht auch nochmal als Gründung damit einarbeiten. Hier habe ich das gestern aufbereitet. Da ist der Felsalat nicht ganz so gut gewachsen. Hier habe ich ein bisschen zu viele Samen auf einmal rausgeworfen. Und jetzt wächst hier überall Felsalat. Weil ich einfach jetzt hier wachsen will lassen, weil der mich hier nicht stört. Vielleicht kann ich dann einfach immer so kleine Snacks nehmen. Beziehungsweise auch den für Saatgut aussamen lassen. Jedenfalls habe ich hier Bokashi mit eingearbeitet. Und Pferdemist, weil ich hier nochmal Kartoffeln mit reinsetzen möchte. Und da habe ich schon mal die Beete jetzt aufbereitet, damit ich das dann umsetzen kann. Bis Ende März, April, wenn ich dann die Kartoffeln hier reinsetze. Ich bekomme ja immer wieder Astrückschnitte und Häckselmaterial. Habe ich mich jetzt gestern wieder rangemacht und habe zwei Säcke voll zusammen gehäckselt. Das werde ich jetzt für Pflanzenkohle auch nutzen, die ich da hier in meiner Pflanzenschale selber herstellen will. In meiner Feuerschale meinte ich. Und ja, das ist keine Agnihortaschale, wie manche schon mal in den Kommentaren geschrieben haben. Ich mache das Ritual nicht, weil ich es jetzt nicht unbedingt immer bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang mir die Zeit nehmen möchte. Und außerdem habe ich nicht mal Kühe, die Hörner haben. Und da ich diesen Fladen da auch nicht mit verbrennen kann. Also von daher mache ich einfach hier, ist eine Art tragbarer Kontiki, wo ich hier die Pflanzenkohle jetzt dann am Nachmittag für mich dann einfach verbrennen werde. Und die halt dann wieder für meinen Bokashi nutzen zu können, um hier weiterhin meine Beete wieder mit aufzubereiten, um schnell Humus aufzubauen. Weil hier habe ich jetzt schon vor drei Jahren angefangen zu gärtnern, habe ich das umgegraben, das Beet. Und es ist jetzt schon spaten-tief bzw. grabgabel-tief, ist schon der Boden schön mit Humus. Also es geht richtig schnell, wenn man weiß, wie. Jetzt bin ich hier im Haus und jetzt schauen wir uns erstmal die Pflanzen an, die für die kommende Saison vorbereitet werden. Dann hier eine Tomate, die irgendwo wild aufgegangen ist. Bei den Gourgibär-Stecklingen, die habe ich jetzt umgesetzt und pikiert. Mal schauen, wie sie sich entwickeln wird. Das passiert immer wieder mal. Hier eine Avocado. Könnt ihr jetzt zum Beispiel auch bei mir auf der Webseite käuflich erwerben, wenn ihr Lust habt. Dann hier auch noch Gourgibär-Stecklinge. Dann hat auch schon der Ingwer angefangen, größere Triebe auszubilden. Auch die ersten Blätter, ein paar Süßkartoffeln. Da hatte ich auch mal wieder das Problem mit Spinnmilben. Da tue ich jetzt auch die ganze Zeit regelmäßig mit Knoblauch-Sud-Spritzen. Die erholen sich jetzt schon langsam. Damit ich hier meine Rosen-Süßkartoffeln weiter vermehren kann mit den Stecklingen. Und da hinten auch nochmal eine Tomate, die auch bei den Gourgibären wild aufgegangen ist. Die ich dann auch wieder umgesetzt habe. Sorte unbekannt, keine Ahnung. Die ersten Tomaten habe ich jetzt auch schon ausgesät. Mache ich deshalb schon Mitte Februar, weil ich halt ein Gewächshaus bzw. einen Folientunnel habe, wo es halt recht warm ist. Da kann ich die auch schon Mitte April raussetzen. Für die Leute, die jetzt kein Gewächshaus haben oder einen Folientunnel, ihr habt noch genug Zeit. Mitte März reicht auch vollkommen fürs Freiland. Hier habe ich jetzt in jedem Topf eine Sorte drin. Hier sind neun verschiedene Sorten. Und hier habe ich auch nochmal 21 Töpfchen. Also insgesamt 30 verschiedene Tomatensorten. Und da werde ich doch mal schauen, wann die aufkalben. Die Sorten habe ich jetzt da auf den Töpfen hier drauf geschrieben, damit ich weiß, was das da ist mit solchen Stickern. Da habe ich mir auch extra einen Zettel, damit ich genau weiß, welche Sorte wo ist. Aber jetzt ist es nicht mehr mit diesen Stecker oder sowas oder mit Eisstielen habe ich das auch immer früher gemacht. Ich mache das jetzt lieber so. Sonst hier drüben ist es ein bisschen hell, weil jetzt die Jungpflanzen gerade Licht abbekommen. Hier auch die ganzen Chilis, Paprikas und Auberginen. Die durften auch schon bei den 11 Grad für eine halbe Stunde raus zur Abhärtung. Und die wachsen auch schon richtig gut heran. Ein paar haben ein bisschen Schaden bekommen, weil hier eine Schnecke war und ich habe sie zu spät bemerkt bzw. nie gefunden. Allerdings habe ich auch hier schon für den Schaden neu, auch im Februar jetzt, neue Paprika ausgesät. Hier auch Auberginen genauso, damit ich also einen Vergleich machen kann. Ich habe die meisten, die großen Pflanzen hier sind jetzt im Januar ausgesät worden bzw. am Heiligabend, also im Dezember. Und die Jungpflanzen hier, die habe ich jetzt im Februar ausgesehen und möchte einfach diesen Vergleich machen, ob sie jetzt besser sind oder nicht. Und sonst bin ich recht zufrieden mit der Voranzucht und die Pflanzen entwickeln sich recht gut. Das war jetzt der kleine, aber feine Gartenrundgang hier im Februar. Also wie gesagt, es ist noch nicht so viel zu sehen bei mir hier. Es treibt so langsam aus, wenn die Tage mal wärmer werden, dann kann man vielleicht auch hier etwas mehr sehen. Was meine Hauptaufgabe momentan ist halt, wie gesagt, den Boden aufzubereiten. Also mit Holzhäcksel, mit Pflanzenkohle, mit Bokashi, mit Mulchmaterial, mit Mist. Und so halt einfach für die kommende Saison einfach eine gute Grundlage habe für die Pflanzen, damit die ziemlich stark wachsen. Und die andere Aufgabe natürlich, was ihr unten gesehen habt, mit der Anzuchtstation, dass ich mich halt hier um die Jungpflanzen kümmere. Effektive Mikroorganismen, sprühe, gieße, Knoblauchsud auch mitnutze. Und das sind momentan so auch meine Aufgaben, später dann auch mit dem Abhärten der Jungpflanzen. So, jedenfalls vielen Dank, dass ihr eingeschalten habt. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Dann gerne den Kanal auch kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Sonst natürlich auch Freunden, Bekannten und Familien dieses Video weiterempfehlen und teilen. Und gerne auch unten in die Kommentare schreiben, wie es denn bei euch bei der Jungpflanzenanzucht ausschaut. Was macht ihr denn draußen im Garten? Welche Arbeiten habt ihr gerade? Würde mich alles sehr interessieren. Und sonst weitere Unterstützung für mich und mein Projekt findet ihr unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne vielen Dank, dass ihr eingeschalten habt. Und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.